Freier Seher als Univär und sein treuer Kenner meiner Wenigkeit. Als Johnny Cash mit seinen Tropeter beführten sie der Weißmorsch und meine Wenigkeit. Den gebrochenen DJ wird sie lieber von einer Uber-Kanzel. Als Michael Jackson war auf Holstein und der Vielseitig von dem Abend entloh. Unsere beiden Hasern würden die Blitzkirche sehen, darum wissen wir, dass es wie sie uns ist die Wahrheit. Unsere inneren Gäste und seine Kätzchen wurden angestellt von Bubi, Birzin, Nina und Luna. Applaus 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 Unser in Wüsterer Abschluss aus Ems-Buchbaum bereitet uns kein Länger. Und wir freuen uns jedenfalls, wie immer wieder Frau Tremelklopfer, unseren Kursi! Nicht zu vergessen natürlich unsere gute Fee im Hintergrund. Weil ich mit ihm dann wieder bei oben ziehe, für Maske und Frisur hing, unsere Sissi! So, und dann möchte ich noch einen auf die Gühne rufen. Wegen Stargast, der Levan Brain, der hat heute eh das richtige Stil gemacht. Und es tut uns sehr leid, dass du dich dieses Jahr bei der Riefnung gemacht hast. Wir waren noch mal froh, dass wir mit dem Krupp durften im ersten paar Mal. Deswegen müssen wir uns verdienen. Dankeschön! Danke!